Grüß Gott allerseits, da ist der Franz Posch. Ich bin ein bisschen bekannt dafür, dass man bei mir Musikwünsche aufgeben kann, so unter dem Motto, mein liebster Weiß. Das können Sie gerne auch tun im Hofbräu am Steinertor in Krems beim Dämmerschoppen am 10. September ab 17 Uhr. Ich würde mich über ein Wiedersehen sehr, sehr freuen. Liebe Grüße, Franz Posch. Ich würde mich über ein Wiedersehen sehen.